Ja, meine Fingern. Hallo Santa Claus, du älte Roulette. Das ist ja mal ein nettes Mädchen. Ich wollte mich hier raus zum Wettzauchen. Zum Wettzauchen? Woher weißt du denn, dass ich eine Rauchhaltung habe? Eins, zwei, drei. Ich seh ja gar nicht, ob die unter Wasser ist. Ihr habt doch alle gemogelt hier. Was soll die Ente da immer? Naja, das ist ja lustig. Ja, ich meine, da hätte ich ja auch mal was Originelleres hier. Mit der Filmerei. 33 Sekunden. Naja. Boah. Das ist schwer zu toppen, das stimmt. Ganz schön aus der Puste, die Kleine. Naja, ich mit meiner Raucherlunge. Ohne. Ohne. Vielen Dank.